Ich bin Philipp Kaiser, bin 24 Jahre alt und vom Beruf bin ich Zimmerer. Am Beruf vom Zimmerer gefällt mir das Arbeiten mit Holz und das Arbeiten im Team. Man sieht einfach jeden Abend, was man im Endeffekt tagsüber geleistet hat und das ist auch das, was einen immer wieder für den nächsten Tag antreibt. Mein Weg ins deutsche Nationalteam begann mit der Gesellenprüfung. Ich war damals Innungsbester und bin somit zu regionale und überregionale Wettbewerbe eingeladen worden. Die Wettbewerbe haben ein K.O.-System. Das heißt, ich muss immer erster werden, dass ich weiterkomme, bis ich dann am Ende deutscher Meister geworden bin. Der Titel vom deutschen Meister war dann so gesehen meine Eintrittskarte ins Nationalteam.